Barbara Schöneberger ist blond, schön und erfolgreich. Egal ob auf dem roten Teppich, im Fernsehen oder privat, die TV-Moderatorin zeigt sie stets topgestylt. Aber Moment mal, was sehen wir denn da in ihrer neuesten Instagram-Story? Ist das etwa eine Bauch-weg-Unterhose, die im Volksmund auch gerne mal als Liebestöter bezeichnet wird? In einem Video, das die 47-Jährige auf Instagram postet, zeigt sie mehr oder weniger freiwillig, was sie unter ihrem blauen Etui-Kleid trägt. Überraschenderweise handelt es sich dabei nicht um sexy Spitzen-Unterwäsche, sondern um eine beigefarbene Bauch-weg-Unterhose. Damit hätte wohl keiner gerechnet. Zwei männliche Kollegen helfen dem TV-Star mit vereinten Kräften dabei, den Oma-Schlüpper zurechtzurücken, damit Barbara ihr hautenges Dress überziehen kann. Im Anschluss stolziert die Entertainerin in ihrem Outfit samt hohen Schuhen zurück in die Maske, so als sei nichts gewesen. Für ihre ehrliche und unverblümte Art lieben die Fans Barbara Schöneberger. Am Ende hat die Moderatorin nämlich die gleichen Problemchen und Geheimnisse wie andere Frauen.